Große Freude herrscht derzeit beim ESV Tennis Brug. Aufgrund des umfangreichen Engagements des Vereines wurden die Brugger vom internationalen Sportportal Tennisnet.com als aktivster Verein Österreichs ausgezeichnet. Zur Belohnung gibt es am Samstag, dem 23. September auf der Moorinsel einen unvergesslichen Tennis-Nachmittag mit Alexander Antonitsch und Stefan Kubeck. Ab 14 Uhr geht es los. Wir starten mit einem Schautraining für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Wir haben eingeladen die Kinder aus dem regionalen Leistungszentrum Hochsteiermark in Brug und Kindberg und die werden mit den beiden Stars Kubeck und Antonitsch spielen. Und dann der große Höhepunkt ist dann um 16 Uhr eine Exhibition, wo man sich übrigens auch bewerben kann noch gegen ein Doppel des ESV Brug. Aber wir verlosen hier auch Startplätze. Also wer Interesse hat, einfach auf unsere Homepage schauen und mitmachen.